Du bist und bliebst in Mingazin, Viktoria nie her! Ich bin Stim Leverenz, 28 Jahre alt und ich freue mich auf jeden Fall hier zu sein. Ja, also der Kontakt kam über meinen Berater und den Marc Bestehtmann. Und dann haben wir uns einmal getroffen mit dem Trainer auch zusammen. Wir hatten ein sehr gutes Gespräch und wir waren uns eigentlich schnell einig, dass das passt. Und ja, ich glaube das Wichtigste hier für den Verein ist jetzt, dass wir auf jeden Fall in der Liga bleiben. Und da will ich versuchen auf jeden Fall mitzuhelfen. Ich habe den Schritt ins Ausland gewagt. Ja, da steht ein Projekt dahinter. Die Mannschaft ist auch momentan erster. Aber ja, für mich ist es nicht so gelaufen. Da haben viele Faktoren mitgespielt. Und ja, deswegen habe ich jetzt den Schritt wieder zurück nach Deutschland gemacht. Ja, auf jeden Fall will ich erstmal das Team kennenlernen. Ich habe schon gehört, dass gute Jungs sind. Und da will ich natürlich helfen, ja, dass die Mannschaft drin bleibt. Viele Spielzeiten und ja, dass wir einfach alle Spaß zusammen haben. Das ist ein sehr, sehr guter Spieler, der schon auch bewiesen hat, dass er auch höherklassig spielen kann. Fakt ist ja, dass er jetzt in den letzten Monaten nicht so regelmäßig gespielt hat. Deswegen müssen wir ihm ein bisschen Zeit geben. Das heißt, wir müssen schon mit ihm etwas individueller arbeiten, dass wir ihn möglichst schnell wieder fit kriegen. Dass er Spielpraxis sammelt und dass er auch rechtzeitig für die Meisterschaft schon eine sehr gute Alternative für uns wird. Ja, zu allem, dass er auch erfahren ist, dass er ein sehr guter Eins gegen Eins, guter Abschluss, gutes Auge für seinen Mitspieler. Auch, dass er auch mal Tore vorbereiten kann. Sowohl auch selber welche schießen. Musik 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017